Komm zurück bei Maddie Evil Dynasty. So, gucken wir nochmal. Mal hier das Dach machen. Die Töpfe. Aber hier ist keine Töpfer, Dings. Wir können jetzt erstmal pennen. So, warte mal an der Töpfer frei. Ah, guck mal. Das ist zum Beispiel neu. Da wir das aufgequältet haben. Das war hier vorher nicht. Da waren vorher nur die beiden. Ah, okay. So. So ein Flakscha. So. Den Ton pack ich mal da rein. So, Tonflakon. Fucking hardy. Äh. Breitwegerich, Löwenzahn und Wasser. Breitwegerich, Löwenzahn und Wasser. Ich muss mal ein Wasser holen. Und dann machen wir mal ein bisschen. Dann kann Colli sich auch nicht mehr aufregen, weil dann haben wir genug Hai-Fläschchen, damit der Wölfer und so machen kann. Äh, wir trinken. Ja, mach ich sofort. Mach ich sofort. Hm. Äh. So. So. Jetzt einmal. Ähm. Hei-Trank. Trankte schnell in Heinz. Was ist denn der Unterschied zwischen Hei-Trank? Stell sofort eine gewisse Mengen gesagt wieder her. Kann getrunken werden. Äh, nach. Stell nach und nach eine gewisse Mengen gesagt halt. Ne, der ist besser. Oh. Kann man. Ähm. Ähm. So. 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 Vielleicht sollte ich mir auch zwei Schlech- Schleisch-Schlechchen. Zwei Tränkchen damit mitnehmen. Und ein Temperaturtrank. So. Und was essen sollte ich vielleicht auch mal. Ähm. So. So. Wo ist denn unser Verweiter vom Wasser? Wasser. Wasser. Wattda, Wattda, Wattda. Da. Wasserträger. Du hast dich doch so sehr an das... Ding gewöhnt. Also kommst du wieder zum Kräuter-Dings. Ähm. Dann pack ich dich mal. So. Warte mal. Warte mal. Ich weiß, dass das eigentlich unsere Beine machen sollen, aber ich mach das jetzt einfach. Ähm. Was war das jetzt? Da. Äh. Karotten? Nur Karotten. Wirklich nur Karotten? Karotten. Okay, nur Karotten. 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 Kann ich mal gucken. Karotten. Der Kling ist drin. Karotten. Seht so viel wahrscheinlich. Bis zum nächsten Mal. Tagsüber geht das sogar mit der Kälte. Oh, das reicht gerade so. Cool, es hat gerade so gereicht. Amazing. Ich brauche noch ein bisschen Ton. Dass wir nochmal Tonflakons machen müssen. Und dann gehen wir mal rüber und machen mal die Quest, die uns angezeigt wird. Vorher mache ich aber nochmal ein paar Bronze-Axt. Normal haben wir noch ein paar Bronze-Axt, die können wir dann nochmal verkaufen. Weißt du, ich wollte mal was bauen. Nee, du bist es nicht. Wo ist es? Nee. Da. Nächste Station. Station, was Station. Station. Mal gucken, Technologie. Okay. Waschstation und welche Leine. Waschstation und welche Leine. Waschstation und welche Leine. Äh, Waschstation braucht was? Dekker Alleingang. Waschstation und welche Leine. und ein holzschade eine tonschade hast du dich wohl in das spiel verliebt oder es macht auf jeden fall spaß es macht auf jeden fall sehr viel spaß ich kann nichts negatives über das spiel sagen tatsächlich tatsächlich deswegen sollte man auch mehr platz lassen ich brauche noch ein bisschen davon ich weiß gar nicht ob ich dir das schon gewünscht habe bist du gut reingekommen ich glaube das geht so oder wenn er hier so die wäsche aufhängt und alles ich glaube dass das geht nicht okay oder dankeschön ob das geht so oder so ab und geht schon du hast doch eine quest gehabt oder so ist das falsch wen juckt es was ist das wenn er nehmen sprich mit da sind immer noch eine quest wir wollten noch ein paar dinge machen langzeit aber bescheuert was hast du gemacht wie hast du das denn hingekriegt einmal kupfer einmal zinn warte mal barren hier machen ich denke ich hoffe ich fahre mal den älteren Also so die volle Dosis, das ist ja bescheuert. Nee. Ich... Das glaube ich dir, das glaube ich dir sofort. Ähm, guck mal in meinen Sachen. Äh, hab ich das gekauft gehabt? Warte mal, ich weiß nicht, wie bringt mir er, aber ich weiß nicht, dass du ganz schnell wieder gesund wirst. Ähm. Stücke weg. 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 Ah, an dem Fehler nichts. Das waren so viele Dinger. Wir müssen mal so langsam gleich los. Ich muss gleich mal gucken, wie wir nochmal in den... Äh, war das hier? Nein. Ach, da war das. Gucken, rein dann. Ja. 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 Ich hab jetzt mal so blöd. der holz und nein gar nicht weiter Nein, dann gucken, dass wir irgendwo Wolle kaufen. Wolle, 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 Wolle. Ähm, achso. So, jetzt haben wir einen Bogen und ich hab 90 Branchefeile, okay. Cool, also gehen wir jetzt zu der Quest. Daumen. Wir haben nämlich auch ein bisschen Fleischjagen, weil wir brauchen unbedingt ein bisschen Leder. Leder. Ob man da auf Eseln reiten kann? Aber das Spiel an sich macht echt... Was? Ich lege ihn nämlich einfach mal mit. Was? 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 Oh, oh, oh. Kann sein, dass ich gleich auf dem Weg ein paar... ...sag aber auch? So 16 Stück brauche ich eigentlich. Bist doch eigentlich auch fast tot, oder nicht? Ich wollte gerade sagen, du bist doch auch fast tot. Oh. Alter, geht's dir gut? Da hast du mal auf mich zu beißen. Ich glaube, es hackt hier. Du, sau. Dann müssen wir uns mal ein besseres Dings machen. Ähm. Jetzt gehen wir aber da hin. Bison oder so will, glaube ich, auch gehen. Ich weiß gar nicht, wie viel Bison gibt an Leder. Ich glaube, wenn Bison ist, Bronzesperr halt einfach besser. Schön im Winter durchs Wasser gehen. Damit ich mir jetzt ja alle unter Kühlung hole. Hier könnte man auch so was Steine sammeln. Da steht sogar ein Bison. Da steht sogar ein Bison. Falls nicht, soll ich's fragen? Ja. 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 Nee, das war einfach. 30 Leder, 80 Fleisch. Okay, komm mal her. Okay. Komm auch. Okay, ich muss ein Feuer machen. Kann man schlafen? Dann guck mal, was ich wegschmeiße. Wie? Okay, ich hab ein bisschen Schädel gekriegt. Wie schön. Die Tonschein kann man weg. Ja. Okay, laufen wir mal zu den Dinger. Wir kommen mal auf das Fleisch. Wir müssen mal wieder ein bisschen Geld haben. Ich weiß gar nicht, wie viel will er nächstes Jahr von uns haben. Gebäude 28 von 70. Arbeiter 12, Bevölkerung 17. Hä? Bevölkerung 17. Arbeiter 12? Ach so, ja, klar. Ich, mich selber und meine... Die vier Kinder. Das passt ja. Ähm, Steuern. 1740. Hm, okay. Ist gar nicht viel oder so. Ist überhaupt nicht viel. Aber Wolf... Nee, Bär gibt doch auch... Nee, wir müssen... Können wir... Mal gucken, ob wir einen Bären machen. Dann können wir einen Bärenfell. Oh, oh. Für unsere Wohnung. Ja, das ist... Du bist toll. Oh, shit. 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 Ich kann mich nicht bewegen, du Sack. Tut mir jetzt leid um das Tier, aber ich muss erst nach da hinten die Sachen verkaufen. Ich muss erst die Sachen verkaufen. Wenn er da hier am Laufen ist, gehe ich mal eben ganz schnell auf Klo. Wir sehen uns gleich. 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 Guck mal, da geht man einmal auf Klo und dann ist man fast da. Das ist doch cool. Das ist ja cool. Gucken wir mal direkt nach zwei neue Mannekes, die wir beschäftigen können. Da kommt schon wieder meine Katze. Hallo, Loki. Bitte, du kannst dich jetzt ein bisschen mehr... So, dann los. So, wen von euch nehme ich denn? Ähm... Jagen, die hat halt jagen, die hat halt jagen auf drei. Also, die wäre cool, wenn wir irgendwann mal die Fischer-Dings hätten. Jetzt wissen du. Ach, ja, komm her. Ach, ja, komm her. Ähm... Ich kann aber jagen, man. Ich kann aber jagen. Ja... Ja... Eigentlich seid ihr alle nicht gut, aber du bist der Jüngste. Du bist tatsächlich der Jüngste. Ich hoffe, unser King ist going to rain as long as possible, but usually the best ones live the shortest. Ich hab nen... Okay, ich hab das Haus wahrscheinlich nicht zu Ende gebaut. Habe ich das Haus nicht zu Ende gemacht, oder hab ich einfach... Ich muss gleich mal gucken. Wo gebe ich den denn? Wie im Raum zu den Geist des Bons, wie mw. Myself included. Haube ich den Mund? ich muss mich gleich weiter um kümmern ich muss mich gleich weiter um kümmern wo ich in diesem Haus reinpacken wirklich kein Haus gegeben geht doch Hi Okay, du hast. Oh, das Messer wieder. Okay, ich kann mich wieder bewegen, das ist sehr gut. Ähm. Da läuft irgendwo noch eine rum. Ich wollte gerade sagen, der verkauft auch nicht schon Sachen. Komm raus, komm alles. Was ist das? Salzstangen. Salzstangen. Wie Salzstangen? Für Salzstangen. Hä? Salzstangen. 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 Nicht in Dokumenten. Warum seid ihr alle so arm? Warum seid ihr denn alle so arm, ey? Katastrophe. Und die. Er war's noch tausend. Also kann ich dir die Dings die Achs geben. wir haben 3500 münzen das heißt auf dem rückweg können wir noch mal jagen gehen was wir auch machen werden aber nicht in dieser rolle